Hallo und Willkommen bei PoNate, bei ich bin euer Begleiter Kipp und ja meine Damen und Herren! RICANO! RICANO! Ja das ist nur eine sehr kurze Ankündigung, ich halte sie auf extra kurz, weil ich hab hier echt Gammel Internet und deswegen dauert das Uploaden sonst unvertrieben lange. Wir streamen heute, wie man es hier richtig schön sieht, ich hab hier meine künstliche Ader spielen lassen und man sieht das auf meinem Hintergrund. Wir streamen heute am 04.10. um 20 Uhr und Mike ist ein Lutscher. Ja so sieht's aus, also 20 Uhr heute, Freitag, 4.10. Schaltet ein und bla 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 und so, bis zum nächsten Mal. Ciao! Jaja um 20 Uhr.